Und los. Willkommen bei der neuen Runde TTT. Mit dabei sind Eno. Moin Moin. Kashi. Hallo. Wanwa. Navo. Mhm. Und der Reaper. Ich hab ne Turtle gehört. Geil. Ich hab das Hello noch nicht gehört. Oh, Kaminzimmer. Luxuriös. Es gibt nur ein gutes Zimmer, das ist das mit dem Radio. Apropos Turtles, fällt mir grad ein. Habt ihr auch schon gehört, dass quasi die T-Rex Geräusche von Jurassic Park, von äh, wie sagt man das nicht? Fickenden Schildkröten. Die sich verzerrt haben. Kopulierende Schildkröten. Ja genau, das mein ich natürlich. Okay. Mhm. Das finde ich nicht mehr schön. Aber das ist halt faszinierend, oder? Und jetzt stellt euch mal, das findet dem nur die kleine Schildkröte vor. Kindheitsfantasien. Natürlich. Ich bin Kindheit komplett zerstört. Wer hat denn da grad hier rumgeballert schon wieder? Du bist so ein Kindheitsfakt. Kashi. Ah ja. Ich hab dich eingesperrt. Und du hast den Brätterboden da geschossen. Nein, spring nicht. Nein. Ich bin wirklich wieder nicht. Irgendjemand ist gestorben. Ja, da ist einer von der Balustrade gesprungen. Bei dieser absoluten Höhe. Ach ja, wir haben ja noch mega, mega Dingsbumpen. Nein! No! Ah, töten Enno, töten Enno! Ich hab mich grad gut versteckt. Ich hör hier nur komische Schüsse. Oh Gott! Ich werd zum Schneemann! Enno hat mich noch geschneemann! Sicher? Ich hör auch Musik. Ja! Reaper ist ein Schneemann! Wunderschön! Oh! Kann man den da auf den Kompakt schießen? Nö! Nee! Okay! Reaper ist tot! Dann... Ja! Nein, 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 nein! Jabo hätte mich erschießen können gerade... Ja, da ist grad noch jemand gestorben! Kashi? Ich bin noch da! Okay! törte sie es blut an sinkt bei einem tannenbaum er hat irgendwie ein dickes ding in der hand Das weiß ich aber, welche Waffe. Ich weiß nicht, irgendein dickes Rohr, was schwarzes. Hm? Okay. Er hat was dickes in der Hand. Was schwarzes? Navo, das hört sich bei dir so falsch an. Ich muss dich dann so das Lachen verkneifen. Ja. Ja. Ah, da passt es. War das eigentlich ein Fake-Body? Ja. War ein Fake-Body. Ach, Mann. Weil Boom-Body wär echt ne blöde Idee gewesen. Wo ist dieser Raum? Die Degel hab ich Navo. Menno. Alter. Sobald du tot bist, ist es meine. Ich hab hier gerade irgendwas gehört. Hat einer den Credit aufgenommen? Yes. Ähm. Beim Shoppen geradeaus gelaufen oder was war das? Ne. Also Enno, wenn du den Text dann nicht gelesen hast. Ja. Ich achte so selten auf den Chat. Ja, das sagen Traitor meistens. Ja, hol dir da eine Minuspunkte kommen. Ja, ja, genau das sagst du auch. Kein Salat. Ja, komm. Na komm. Hör auf mich zu verfolgen. Willst du denn deine Törtel auspacken vor mir? Wo bist du? Komm. Wenn du weißt. Wenn du denkst, dass ich's bin am... Tust doch. Ich hab ne Zuckerstange. Hm. Die hört sich alles falsch an. Das sind nur eure Gedanken. Ich kann nix dafür, was ihr versteht. Du meinst also was Süßes, Klebriges zum Lecken. Ja, genau. Hm. Äh, Enno. Aber es ist rot-weiß gestreift. Au, 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 au. Enno mag keine Zuckerstange, ich hab's verstanden. Ja, den hab ich mal... Äh. Ich glaub übrigens, Kashi stand grad in der Ecke und hat geschockt. Nö. Ich glaub schon. Ich hab nur geguckt, der hat auch grad rumgelaufen. Also, ich bin Enno. Ich hab Urasch getötet. Okay, ich hab 7 HP. Das heißt, du wirst gleich meine Leiche irgendwie vom Boden kratzen und dann wirst du dich dem Traitor stellen, okay? Hm. Ich glaub, ich wurd' du plasmat? Nee, doch nicht. Oh, da war Munition. Meine Zuckerstange. Verdammt. Ähm, mit was, Navo? Ja, bitte? Deine Zuckerstange? Ja. Ähm. Äh. Ich... Hehldrücken. Irgendwie hat's grad zack gemacht. So wie, ich bin reingetreten, zack. Äh. Alter, was? Ich kann mich gar nicht bewegen. Fick dich doch. Kashi ist in seiner eigenen Bärenfalle gefangen gewesen. Oh. Einfach wieder aufheben. Hehldrücken. Ja. Ja, und so wie tatsächlich was. Aber, Reaper noch so, ich liefe mir jetzt wieder ein Duell mit Urich. Er bleibt stehen. Klack, Headshots. Mh. Mach das doch nicht. Du kriegst gleich ne Kugel. Nee, lass mal. Ich bin nämlich eh noch. Mhm. Wann war, möchtest du wieder Katniss sein? Ja, wechseln wir. Okay. Und heute für sie in der Arena. Wann war Mech Katniss Everdeen? Wo ist denn das Mech? Ich weiß nicht. Kam grad so. Ich hab heute mal so'n Rebel Whopper gegessen. Was? Ja, war richtig ekelhaft. Okay, was soll da drin sein? Ja, das soll halt so'n veganer oder vegetarischer Whopper sein. Ich hätte mir gedacht, dass der ekelhaft ist. Okay. Ey, war gut, dass es auch Burger King ist. Sagt's auch schon, aber... Burger King ist eigentlich, zumindest was Burger angeht, geiler als McDonalds. Aber alles andere nicht. Ja, aber es ist halt nicht so geil, wie wenn du gestern selber Burger gemacht hast. Mit echtem Rinderhack und... Ach, Schockgüsel. Ach, die Musik ist so schön. Es ist sehr beruhigend. So, Uri, ich bin Busch. Okay. Und ich hab'n Reaper gekillt. Da ist Jesus! Warte, wodurch ist Uri dann Proven? Ich dachte, er hat dann den Killer gekillt. Äh... Hier ist doch ein guter Mann, der hatte tolle Latschen an. Bananen! Neh, Melon! Ups. So. Kann man schon mal verwechseln? Ja, glaub ich auch. Boah! Boah! Feuer knistern! So! Was ist noch die denn da? Das hat mich grad'n bisschen erschreckt. Der Schollscheichflieger war lang nicht mehr da. Oh, das ist übel. Meinst du, wir sterben an einer Rauchvergiftung? Neh. Meinst du, das geht noch? So. Ha, zum Riffle kann so nicht weggeholt werden. Außer, wenn ich die Melone. Traumhaft schön. Das ist der Wahnsinn. Hm. Neh, sonst hab ich nicht weg. Wunderschön. Ähm. Ist das der Weihnachtsbraten? Ja, glaub ja. Ah! Hört ihr auch ganz viele von den Viechern? Ähm. Das ist das eine, was gerade ausrastet. Ah! Wo? Geben noch Ahnung? Ja. 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 Okay. Das hat grad Boom gemacht. Ja, war's das... War, äh, das Huhn? Oder hat jemand versucht, einen Reaper zu holen? Weiß nicht. Ich glaub... Ich hab ne Melle im Mind. Das ist Bi-Bip-Bip. Das macht das Huhn eigentlich nicht. Habt ihr es nicht auch gehört? Ja. Ich hätt die Melle im Mind zum Reaper gleich hingelegt und wann war es reingerannt. Warnbar. Ist das nicht ein bisschen ungünstig? Ich mein, der Traitor würde die gar nicht auslösen. Okay. Nicht wahr? Entweder ist es Navo oder Enno. Schade. BTF, wieso bin ich jetzt gerade so mega verwirrt? Huh? Ich dachte die ganze Zeit, wann waren wir mein Traitor-Kollege? Was? Das wünschst du dir oder was? Das wünschst du dir oder was? Aber eigentlich wie das Huhn da unten war auch nicht der Wann, weil ich's erinnern hab, hatte ich mir eigentlich schon gedacht, dass das Navo ist. Aber Weihnachtsbraten. Nee, wir trillen nicht Navo. Warum denn? Nicht? Nee. Ich? Nee, das Hünchen, das wird nicht gebrannt. Warum nicht? Schmeckt nicht so gut. Ja, 3000. Ist du C? Ist nicht so viel dran oder was? Nee, das ist es nicht. Das ist nur zu C. Oho, das ist es nicht. Du weißt, dass das jetzt gar nicht ziemlich leidend war, ne? Ja, ich mein C im Sinne von sie in die Röhre schieben. Das macht es nicht besser. Ich bin ehrlich, ich mach nur Gespräche, um mich nach oben zu kassieren. Irgendwo ist was in die Luft geflogen? Ja, das sagen nach nur Disco. Nee, nach nur Plasnot. Nee, nicht Disco. Tashi, lass uns mal was ausprobieren, okay? Tashi brennt jetzt noch. Nö. Was? Nö. Ähm, meinst du? Wenn... Du? Ja, und wenn ich jetzt springe, dann steh mal auf. Geht das? Kann nicht ausstehen. Schade. Ich glaub, da ist ne Alpha-Wand, dass man da nicht noch höher kann. Verdammt. Das haben wir schon ein paar Mal ausprobiert. Ähm... Urisch! Wo? Hab ihn, hab ihn. Das ist plötzlich umgekämpft. Ich hab... Das war Urisch und ich hab ihn... Bäh... Steht wieder. Naja. Hast du randaliert? Ich... Ähm... Nee. Ich wollt... Ein bisschen den Kamin anfeuern. Mit dem Sofa? Äh... Oh! Wollt eigentlich nur, nen Handbaum hier dazu stellen! Du bist gepacknt in Baum! Viel schöner so! Äh... Aber gut aufgeräumt, ein Abo. Ja! Die Galille ist einfach toll! Mit nem was... Nööööööööööööööö... Das war die schönste Dose unserer Sache ever. Das war wirklich sehr schön. Oh, ich glaub, hier war ich diese Runde noch gar nicht. Oder? Ich bin verwirrt. Ich möchte gerne, dass unser Haus später genau so geschmückt wird. Auch mit dem Schnee, Indoor. Ja. Ja klar, Kunstschnee geht auch immer. Ganz besonders mit dem Schnee. Ich möchte drinnen Schneemänner bauen. Ein Bierkaminfeuer. Ja. Kashi shoppt schon wieder in der Ecke. Nö. Doch, doch. Nö, nö. Doch, doch, doch. Au! Nö. Aber schreizt'n du so. Wurde ich gerade angehittet. Ja, und ich hab genau gehört, dass es Reapers Waffe war und dass er in dem Moment auch nachgeladen hat. Aha, okay. Das stimmt überhaupt gar nicht. Gut. Also haben wir wieder unser Target. Ich bin geschafft, ja. It's on. Außerdem hab ich ihm nur ein zweites Arschloch verpasst. Mhm. Mach das unter euch aus. Ich misch mich da nicht ein. Identifizier die Leiche dann. Jetzt ist er down. Okay. Okay. Aber er hat mich angeschossen gehabt. Ja. Und es war ein sauberer Headshot, den du verteilt hast. Ja, aber am dritten Versuch dann. Ah ja. Nein, das war First Try. Nein. Zerstör die Illusion nicht. Ha? Urisch. Nashi, lass es. Dann nochmal zurück. Oh und. Also mein Schuss auf dich war einfach nur just for the noise. Okay! Ist halt dumm wenn du mir damit fast 50 HP abziehst und ich denk dass du Tee bist. Okay ich wollte vielleicht ein bisschen tiefer ziehen. Oder ne andere Waffe nehmen. Oder ne andere Waffe, wäre auch ne gute Waffe. Kann die USP nur empfehlen für solche Späße. Oder die normale EP 228, ne was das ist die andere da. Aber keine Diegel oder sowas. Ach A3000, alle mögen drauf. Meinst du? Ich hab absichtlich daneben geschossen, hör jetzt auf. Hör auf, hör auf. Du hast mich doch wieder auf 60 HP gedrückt. Genau erziehen mal richtig. Da! Au! Also ich weiß nicht was er hat. Schmerzen? Jetzt mal nicht mehr. Ich weiß nicht ob ich das gut heißen kann. Nicht? Jetzt funktioniert nicht. Warte mal was versuchst du? Ich dachte das rote Ding wäre ein Objekt. Aber es ist es nicht. Warte, schießt du auf mich? Warte mal! Einfach schraft volle Sorge. Baut mal was zu! Ist das jetzt? Na? Ist das jetzt die Ausrede? Einfach schraft volle Sorge! Was gibt denn das jetzt hier? Okay, warte mal. Es müsste eigentlich noch Wanda leben. Ja. Und Eno läuft auch noch her. Ja. Aha, Reaper. Wenn ich tot bin, ist es Reaper. Wenn du tot bist, ist es keiner. Dann kann es auch Wanda sein. Ja, der kann jetzt gerade unten alles wieder überleben, hier unten. Äh. Nein. Hm? Gut. Puh. 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 Oh, jetzt mal ein bisschen Unterstützung. Hui. Puh. Ob Wanda schon wieder in seinem Raum hängt? Nee, da fliegt das nicht hier. Nee, da fliegt das nicht hier geht. Ähm. Überraschung von oben. Weißt du, wie ein Ava wieder nebensteht und nichts sagt, wie du mich anschließt, hab ich immer gesagt so, okay, ich bin am Arsch in dem Moment. Ich bin am Arsch. Ja, es war alles etwas, ähm, ja. Gemein. ... Kloppen. Vor allem jetzt gerade beim Wienerbeleben kommt dann erstmal wenn du da um die Ecke so Das ist nix, ich muss weg Meine A3000 Du schießt dich schon wieder mit einer A3000 rum, ich hab's genau gehört Ich weiß nicht Ich hätte auch testen können, ob die Scheibe dicht ist zu dir, aber ich wollte es mit deinem Kopf irgendwie nie ausprobieren So ist es Okay, mal halten So, ich fühle dich, Leute Ja, genau richtig Du bist doch gerade, du Ja Ich dachte eng ist gut Manchmal Mhm Was? Es gibt nicht zu jung, nur zu eng oder was? Oh, nee, nee, zu jung gibt es auch Definitiv Scheiße Ich hab mich gerade zu Tode erschreckt, Eno, das war gemein Was denn? Was denn? Was denn? Äh Was geht denn hier jetzt ab? Wann war der Baum kein nix dafür? Wow! Aber der da oben Fuck Shit Halt, 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 halt Oh nein, nicht auf mich selbst schießen Ah, 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 ah War zu Alamo, wir müssen erst die Identitäten wieder tauschen Neee So, jetzt bist du, jetzt bist du wieder du Aber ich hab gerade Kashi nicht verstanden, wieso hat er den Mörder des Traitors getötet? Hä? Wann war, hat Eno erschossen, weil Eno halt voll der Traitor war und dann hat Kashi irgendwie, Wann war einfach umgenietet Ich war gerade verwirrt Also hier oben liegen liegen sehr viele Leichen Oh oh Ich dachte, ich guck mal, was du so machst So Es gibt mehrere Wege, Reeper Es gibt viele Wege, die zu dir führen So ein Scheiße Vor allen Dingen, dass hat keiner gecheckt, dass ich die Identität von Navowang genommen habe Ich hab auch gar nicht gemerkt Naja, du siehst das ja bei dir selbst auch nicht Aber ich hätte ja, wenn ich dich angeguckt hätte, dann hätte ich doch meinen Namen gesehen, oder? erst ja aber ich habe mich immer schön davor gedrückt dass man kann man ja auch spaßiges werden nicht immer nur inno das denke ich mir auch jedes mal das war ich mich da nicht mehr ein das macht ihr unter euch schon ich glaube dass hinterher das war sie inno ist unwichtig lass mich das geht im kreis rennt ja wann war es doch der einzige der hier die ganze zeit still im kreis rennt und keiner sie ihn so irgendwie für folgen ich habe eine zuckerstange und das ist meine ganz allein was hast du vor an der zuckerstange zu schlecken jetzt möchte ich sie nicht mehr wir haben einen schneemann hinter der theke es hat anscheinend einen unfall gegeben mit der leckstange das ist falsch ne bist du nicht Okay. Gut. Prohe Weile. Oh, Alter, ich hab eben depressiviert, dieser Absatz. Ja, zack! Hör auf zu schießen! Ich will den Schirm in den Kopf abknallen. Nein, kann man nicht. Warum nicht? Ich bin gleich so tot, ich seh's schon. Aber da keine Hitboxdaten ist mit Textur. Das ist wie ein Schießstand, oder? Vor allem Musi hat ein volles... Ah! Mit beweglichen Zähnen. Ja, nicht mehr ein volles Magazin. Kashi, Kashi, Kashi! Ihr tötet Kashi! Warte! Achso, das war... Hab ihn. Ja, hab ihn. Ach, Mann. Eno! Wie sieht's aus? Okay, Ulrich, wir sollten das aufhören, uns anzuschießen. Guck mal in die Decke! Militär! Süß! Ich hab mich explizit direkt daneben gestellt! So, Ulrich, wir hören auf, uns anzuschießen. Alles klar! Das möchte ich mal sehen! Ja, solange wir im gleichen Team sind, hören wir auf uns anzuschießen. So könnte man das sagen. Aber woher wollt ihr wissen, ob ihr im gleichen Team seid? Wenn er auf mich schießt, schieß ich zurück, ganz einfach. Dann bist du tot! Was? Bist du dir da so sicher? Aber was ist das für ein Prop? Okay, Vanva hat irgendwelche Props gefunden. Oh! Falsche Richtung! Jetzt hab ich ne Idee. Oh Gott, wann war die denn? Oh Gott, Vanva und seine Ideen. Wir werden alle sterben. Ich wollt grad sagen, dass er das Tor fährt. Zündet gleich die Atombombe im Laden. Zündet gleich die Atombombe im Laden. Er geht jetzt runter in seinen imaginären Keller, zündet die Atombombe und wir sind alle nur noch staub. Das könnte... Ei! Ei! Ne, das funktioniert... Oh! Todes und Todes! Was? Todes! Leut, komm mal her drauf! Kashi, guck mal über dich! Jo, ich weiß, ich wurde auch grad... Oh! Äh... Nie Season! Oh! Was? Warte! Warte! Enno? Was denn? Bist du grad aus dem Kaminzimmer ausgelaufen? Die Töten sind schon das. Nee! Reaper hat... Nee! Aber im Kaminzimmer ist nix! Warte! Doch! Ich schieß das Hühnchen weg hinter dir! Reaper hat grade irgendwas gesagt und... Und... Er hatte aber deinen Namen! Hä? Ich bin hier! Ja, aber du hattest... Du könntest sagen, dass ich kurz hier war, ja... Okay! Nee, aber du... Ich war hier in dem Bereich... Also wenn ich Enno angucke, dann seh ich Enno! Ja! Ich jetzt auch wieder, aber eben... Du hast doch gesagt, ich soll dich durchlassen, oder? Ja! Ja! Und da hattest du aber, glaub ich... Ennos Namen! Ich bin grad voll verwirrt! Wobei... Nee! Da steil ich hinter euch! Da kann's... Rumgepackt sein! Okay! Na wo wieder mit ihrer Zuckerstange! Ja, die ist toll! Und jetzt holst du was dickes Schwarzes raus! Ja! Hey! Ah! Was denn? In Molstollen? Oder ne alte Zuckerstange? Ist das momentan mittlerweile kaputt? Ne Lakrips-Stange! Wo ist denn das Huhn? Oh nein! Es greift an! Der Braten läuft auf uns zu! Das war's damit! Warte, was? Jawohl! Ja! Enno hat gerade... Vanva umgebracht! Nein! Das war da wo! Das stimmt nicht! Ich hab die ganze Zeit die Echse in der Hand! Hä? Ja! Ich hab Vanva umgebracht! Ja! Boah! Danke, Enno! Ja, okay! Kashi war über uns und hat ihn umgebracht! Aber trotzdem! Jo! Übrigens hab ich den Sessel... ...n bisschen präpariert! Aber, ähm... Kashi, der Headshot war fies! Letzte Runde! Ich weiß! Von hinten aus dem Nichts... Gut, ich war eigentlich neben dir! Das ist Kashi-Panier, also... Da musst du da drauf gefasst sein! Immer schön auf deinen Arsch aufpassen, sonst kommt Kashi! What?! Mhm! Wo ist ein Abo? Bei mir! Bei mir! Sie ist oben oben! Nein! Nein! Ich bin unten! Ja, sie ist unten! Ja, ja! Ich glaub, das war jetzt ernst gemein zwischen den beiden! Ulrich, dreh dich nicht um! Bist du jetzt wirklich tot? Ist er wirklich tot? Was? Wo geht denn hier die Action? Äh... Ich hab getroffen! Alter! Ist ein Wunder! Das ist ein Wunder! Äh... Ulrich! Ulrich! Bitte! Hä? Ich dachte, Ulrich ist tot! Habe ich ihn doch nicht tot gemacht? Ich glaube, jetzt ist er tot! Oder er hat eine Second Chance! Na wo, Enno? Ihr könnt euch betrinken! Ich hab Ulrich getötet! Haben wir schon! Ah! Dann! Du weißt ja, wo ich bin! Komm und hol dir dein Geschenk! Denn da, wo es den Alkohol gibt! Oh! Ernsthaft! Immer! Du Loch, ey! Ich geh heute auch noch auf Weihnachtsmarkt! Fuck! Alter! Aber Reaper, bei dir war es wirklich nur... Falscher Zeitpunkt und falscher Ort in dem Moment! Weil ich gerade vorher da Cassie umgelegt hatte! Jaja, das habe ich gesehen! Deswegen habe ich auf dich geschossen! So! So! Wer war an Nao, oder? Ne! Äh, ja! Das war es dann wieder mit einer schönen Runde TTT! Viel Spaß noch! Und bis demnächst! Tschüss! Bis demnächst! Tschüss! Nao!